. . . . . . Herzlich Willkommen zurück zu A Watch, Quick Play, natürlich, weil ich immer noch keinen Bock auf rankt habe. Soldier? Weil ich habe solcher Bock auf. Passt, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich das nur? Oder spielt man immer nur die gleichen paar Maps? Ist das irgendwie Zufall gerade so? Oder ist das nur mein Gefühl? Ich habe nämlich keine Ahnung, du. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das Gefühl. Tiffst du was? Wir haben ziemlich verkackt. Junk? Das ist nicht so effektiv. Oh, wow. Oh, wow. Was ist das? Oh mein Gott. Wow! Wo ist sie? Es geht bei dir so. Ich bin fast tot. Bist in Angst? Oh mein Gott. Das ist unsere. Das ist zu viel Damage. Aber ich habe einen Kill. Der Junk war ein bisschen... Alter, unser Junker ist nicht gerade so der Intelligenteste. Kann das sein? Oder wie? Es sieht auf jeden Fall so aus. Wow. Der noch abgeprallt ist. Ultimate ist almost ready. Wauw. 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 Wenn ich direkt die Ulti gezentert habe und einfach tot. Time. Wauw. Das war ein bisschen... Kacke. Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Wat? Okay. Töte dich selbst. Auch gut. Also ich wurde angeheftet, also... Komm schon. Nimm jetzt den Punkt ein. Aber wir haben kein Tank mehr. Ich muss eigentlich verarschen. Bin ich halt wieder Diva. Ist zwar nur ein Auf-Tank, aber wir sind aus nichts, oder? Ich bin mal hier, ne? Wuh. Wuh. Bisschen... Zu viel... Damage gefressen. Kann schon. Kann schon. Du Limmel. Mann. Schade. Ich habe einfach Goldkills, weisst du. Das Team kriegt ja gerade nichts auf die Reihe. Ist überhaupt nichts. Geh drauf! Geh drauf! Du Diva! Du Hörst! Du Hörst! Du Hörst! Du Hörst! Du Hörst! Du Hörst! Damage! Damage! Das ist... Kacke! Hat nicht so funktioniert. Also am Anfang hatten wir doch nur ein Tank, oder? Rechte ich das nur? Du weisst doch nicht! Weisst das doch nicht! Weisst das doch nicht! Äh... Wir sind Salz! Salz gefällig! Ah ja, AFK 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 Was zum Fick? Okay So Dieses Mal Schaffen wir das Ich bin nicht dumm Komm schon Tja, Diven, meine Damen und Herren Das war zu viel Damage Ich krieg zu viel Damage Aber wir haben den Punkt Nicht, weil Alle weg sind Wirklich Wegen der Tracer Wo ist die? Ja Ich geh mal hoch, ne? Oh man Wow Ich hab keinen Heal Das ist das Wow Ich hab mich eigentlich Arsch Komm schon Ich sag ihm das So Group up So, sind wir drauf Er hat Spaß Anscheinend Haben sie Spaß Ich bin fast tot Das ist unsere Oder Was? Was? Da ist doch erst gerade Das War das unsere Ulti? Hä? Ah ne, das war ja Das war ja die Diva Ult Das war die Diva Hey, was geht? Hey, was geht? Ich hab ein Problem Problemchen The Junk trifft nix Das ist gut zu wissen Komm schon Aber was erwartet ihr? Die haben einen Doppel Tank Ich habe einen Doppel-Heal. Da habe ich ihn noch. Ich habe es zu früh gedrückt. Aber wirklich. Diese Runde. Diese Runde. Ich habe einen einfacher Heal. Aber ein Doppel-Tank. Oh, wow. Willst du da noch reinrennen? Oh mein Gott. Nice Junk. Nice Junk. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, mehr Heal. Danke. Was? Was? Habe ich das jetzt gerade durchgelesen? Weil er Solo geultet hat? Und kriegt er jetzt einen Report. Mich eigentlich verarschen. Zack. Wuh. 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 Aber jetzt wirklich. Ich. You solo ulti me. Again. It's a report. Tch. What? Da versteht das Reporting glaube ich nicht. Äh. Es kann glaube es sein, dass Melanie den. Das Reporting System nicht versteht. Es sieht auf jeden Fall so aus. Weil sonst. Warum? Was? Warum? Ich habe so einen Schrein. Und er will... Was? Ja. Das ist nicht... Was? 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 Hä? Es... Ja. Das ist... Was? Das ist der Healer. Okay. Nee. Das ist... Ah. Manche Leute bestehen es wirklich nicht. Ist es immer noch hier? Ist es immer noch hier? Oh, jetzt kann ich ihn so loten. Ähm. Keine Tanke, oder? Keine Tanke. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich werde es jetzt nicht schneiden, weil... Hä? Könnt ihr mir das erklären? Warum? Oh. Das ist so... Hä? Weil er immer Solo ultet? Also... Also ich werde das als Kompliment sehen. Weil... Das heißt ja... Das einzige... Äh... Die einzige... Lösung ist... Um... Dich zu töten. Also das wäre ja ein Kompliment die ganze Zeit Solo ultet zu werden. Also... Gut... Jedes eins, ne? Melanie... Hast du das Spiel nicht verstanden mit Level 172? Na gut... Höffentlich hast du jetzt was gelernt. Und auch wenn... Dieser Report hat's nicht... Also... Kann's reporten? Krieg's höchstens... Krieg's höchstens... Krieg's man ja höchstens selbst... Mh... An, wenn man zu viel reportet ohne Grund, oder... Falsch reportet. Und übrigens... Jetzt einmal... Äh... Ich... Ups... Äh... Ich habe das erste Mal angezeigt, dass jemand wirklich geblockt wurde. Wegen meinen Reports. Boop! Boop! Hehehe... Boop! Boop! Okay... Ich schau... Mein Spaß ist hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war zu viel Damage. Zu viel, aber einmal... Die kriegen uns jetzt, weil sie haben zwei Picks. Mh... Mh... Und... Drei Picks. Bis wir da sind... Team? Es sind immer noch drei hier. Also... Äh... Okay! Dann nicht! Verstanden! Da gibt's nicht viel zu sagen, oder? Torbjörn! Na gut! Kommt's jetzt? Okay! Dann nicht! Auch gut! Oh Mann! Hi Diva! Was geht bei dir so? Wuff! Ich komme! Ich komme retten! Jetzt! Was? Oh mein Gott! Die Kugel war ja klein! Na gut! Dann eben nicht! Dann bin ich halt zu langsam! Da war ich zu spät! Wow! Da war ich zu spät! Oh Mann! Wäre witzig gewesen, hätte ich getroffen! Outschi! Da kommt jetzt ein Roadhog! Oder nicht! Lol! Kotzel! Das war nicht so intelligent! Also meine Ultima Raid ist fast. Robjörn! Wat?! Wat is-Was ist da los?! Ich versteh es nicht. Oh cool. Oh mein Gott. Geht mal alle weg hier. Oh. Ich versteh es wirklich nicht. Alle reporten gerade. Alle ohne Grund. Oder gab es einen Grund? Ich versteh die Welt gerade nicht mehr. Wow. Wow. Verdammt. Weil ich auf einmal was höre. Und die Widow kennt eigentlich auch mal jemand. So gut. Die haben keine Anti-Widow. Der Hanzo. Ein bisschen. Genji vielleicht. Könnte. Mann. Mein ultimative Trick. Ich will dich für dich. Bup-bup-bup-bup-bup-bup-bup. Äh. Hi. Da habe ich dich. Ja gut. Baby-Diva kann man so lassen. wenn sie stirbt hat sie die ulti vorher als als der charge verdammt das ist übrigens auch was die in der overwatch league auch machen natürlich erwische ich den winston aber ich habe damit gemacht das heißt ja was das ist ja was ich hab was Komm schon! Nein! Äh, Team? Ah, es sind alle tot. Gut, da kann ich nichts dagegen sagen. Das haben wir nicht. Was zum Fick sollte das denn? Shield Generator. Come up! Weg! Verdammt! Ich komme! Man! Der Winston hat mich wegge... Äh, Dingens... Kirchend... Geweggeschlagt. Geweggeschlagt. Das war gut Deutsch. Warum reporten alle immer? Lol. Toll. Gerade wirklich einer gegen eine... Widow... Von... Das war ja gut. Das war ja gut. Das war ja gut. Ich war gut. Aber... Das war ja gut. Das war ja gut. Das war ja gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.